Hallo, mein Sleepy Moon. Schön, dass du heute wieder bei mir bist. Heute in einer blauen Optik. Ich hoffe, das gefällt dir. Wir beide packen heute mal wieder die Trend Raider Trend Box für den Monat November aus. Ich habe wie immer nicht reingeschaut. Ich bin wie immer total gespannt, was wir gemeinsam für Produkte entdecken werden. Du kannst es jetzt so richtig schön gemütlich machen. Dich nochmal einkuscheln. Das Kissen aufschlagen. Und ich zeig dir schon mal die Box. Hier haben wir die Trend Raider Trend Box. Wenn du dir auch eine monatliche Überraschungsbox nach Hause bestellen willst, nutze gerne meinen 15% Rabatt Code Sleepy Moon 15 Sleepy Moon 15 Den Link findest du auch nochmal unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Der Sticker verrät uns schon mal das Thema der November Box. Und das ist Soul Day. Hier haben wir wie immer die passende Broschüre dazu mit all den Informationen zu den Produkten. Und während ich die Produkte auspacke, werde ich das Heft befragen, was es mit dem Produkt auf sich hat. und werdet ihr das natürlich vorlesen. Soul Day. Starten wir mit dem ersten Produkt. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, mit was wir starten. Als erstes ist mir diese Flasche aufgefallen. Deswegen dachte ich, starten wir auch damit. Auch wenn mein Auge schon auf die nächsten Produkte gespickt hat. Das ist eine Glasflasche. Auf der man die Schrift hören kann. Das ist ein Organic Power Drink. Drink Kurkuma. 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 Drink das Original mit Ingwerstückchen. Zwölf Portionen von Kloster Kitchen. So sieht das aus. Und ich glaube, das wird scharf. Aber ich mag Ingwer ganz gerne. Ja. Deswegen probiere ich das mal. Hier steht jeden Tag ein Shot. Das heißt, du solltest es wahrscheinlich nicht ganz austreten. Gut zu wissen. Prost. 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 Also wenn man auf den Ingwerstückchen kaut, wird es ein bisschen scharf, aber sonst gekühlt aus dem Kühlschrank. Kann ich mir das ganz gut morgens vorstellen. Schauen wir mal, was dazu steht. Hier haben wir den Shot. Stärkender Ingwer-Shot. Die Erkältungszeit ist im vollen Gange. Zeit, dein Immunsystem fit zu machen mit dem Big Shot aus Ingwer und Kurkuma von Kloster Kitchen. Jeder Shot ist nichts weniger als pure Inspiration für den Geist, anstatt nur irgendein langweiliger Shot. Das verspricht Kloster Kitchen auf ihrer Webseite. Während Ingwerentzündungshemd und antioxidative Wirkungen zeigt, wirkt Kurkuma nicht nur ebenfalls entzündungshemd, sondern auch antimikrobiell und stärkt das Immunsystem. Abgerundet wird der Shot durch die Süße der Mango und den cremig-exotischen Geschmack von Kokosmilch. Und mit dem Gutschein Code Soul Day sparst du 20% vom 1.11. bis 31.12. auf dem gesamten Online-Shop von Kloster Kitchen. Und die Flasche kostet 9,90 Euro. Als nächstes haben wir ein Mandelmehl. Von Great Vida Powerful Nutrition. Er enthält blanchierte Mandeln. Naturbelassen und vielseitig einsetzbar. Und ich mag die Sounds ganz gerne. Und weil ich nie Mehl zu Hause habe, ist das für mich ganz praktisch. Vor allem weil es eine kleinere Packung ist, was ich ganz gerne mag, weil ich nie Mehl brauche. Und dann brauchst du doch mal Mehl. Und dann musst du dir gleich ein Kilo oder ein halbes Kilo oder wie viel das ist kaufen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du viel Mehl benötigst und vor allem für was. Aber da bin ich gespannt, ob das auch nach Mandeln schmecken wird. Natürliches Mandelmehl. Das Mandelmehl von Great Vida eignet sich perfekt für einen entspannenden Backtag. Vielleicht auch schon, um erste Weihnachtsplätzchen aus unserem Rezept weiter hinten im Magazin nachzupacken. Das Mehl aus blanchierten Mandeln ist von Natur aus glutenfrei vollständig naturbelassen und ohne Gentechnik. So kannst du Kekse, Kuchen oder Makaros mit wertvollen Inhaltsstoffen zubereiten und dir und deinen liebsten leckere Maschereien zaubern. Kostet 2,99 Euro. Wir schauen mal eben nach den Rezepten. Das sind natürlich keine Rezepte. Das sind Badebomben. Ja, hier haben wir zum Beispiel Mandelblätzchen. Ah, Mandelmehl, Mandelblätzchen. Macht ein bisschen Sinn. Machen wir weiter. Das ist mir als zweites ins Auge gefallen, als ich die Box geöffnet habe. Das ist dein Buch. Und wie du sicher weißt, liebe ich Bücher. Ja, wenn wir, sei du selbst mit einer Frau, die auf dem Mond sitzt, mit rosa welligen Haaren. Und deinem roten Kleid. Das ist deine Stärke. 77 illustrierte Affirmationen. Ich mach mal eine Seite auf und zeig's dir. Es geht doch nichts über Buchsounds, oder? Ich finde, nichts ist entspannender und entschleunigender. Wenn du magst, kann ich gerne mal nur ein Video mit diesem Buch machen. Und ein bisschen tracen und dir beschreiben, was man sieht. Und hier natürlich auch die Affirmationen ins Ohr flüstern. Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Da gab es zwei Varianten. Ich weiß nicht, ob ich lege Ruhe und Meditations-Tagebuch, wenn ich das richtig entziffert habe. Sei du selbst und Ruhe Eintragbuch. Mit den Sprüchen Buch sei du selbst des Groverlages stärkst du deine Seele. Mit vielen wertvollen Botschaften und Texten zum Thema Selbstliebe Verbesserst du dein Selbstvertrauen, findest du Trost, Zuversicht, Kraft und Selbstliebe. So beeinflusst du nachhaltig dein Seelenleben. Alternativ findest du das meditative Eintragbuch in deiner Box. Dieses soll dir helfen, mit Hilfe von Übungen, Tagbuchseiten, Tipps und Tricks Du hast eine seelenstärkende Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren. Ich glaube, ich bin mit unserem Buch ganz zufrieden. Und kostet 12 Euro. Wir machen gleich weiter mit Papeterie im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Hier haben wir ein Yoga-Journal. Ein Yoga-Journal. Da muss ich mal reinschauen, was man hier eintragen kann. Hier sind auf jeden Fall leere Seiten, in die du reinschreiben kannst. Ich lese am besten mal vor, was es mit diesem Journal auf sich hat. Aber die Sonnen sind einfach meins. Das haben wir gleich unter dem Sei-Du-Selbst-Buch. Drei-Monats-Yoga-Mitgliedschaft. Wow! Und Yoga-Journal. Hinter dem Booklet von Yoga Easy steckt nicht nur ein Yoga-Journal, sondern dazu eine Drei-Monats-Mitgliedschaft für alle Online-Kurse. Das finde ich cool. So kannst du unabhängig von Zeit und Ort mit den besten Yoga-LehrerInnen Deutschlands deine innere Mitte finden. Von Anfängerniveau bis hin zu Kursen für erfahrene Yogi und Yogini findest du bei Yoga Easy alles, was du brauchst, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Das Booklet dient dir als Begleiter, in das du Wünsche und Dinge, für die du dankbar bist, eintragen kannst. Wie du zu deiner Mitgliedschaft kommst, findest du ebenfalls im Booklet auf der letzten Seite. Das mach ich auf jeden Fall. Da frühe ich mich echt drüber. Yoga-Easy.de und kostet 54 Euro. Cool. Und weil wir bei den Bücher-Sounds waren, bleiben wir auch dabei. Wir haben hier nämlich eine Zeitschrift oder ein Magazin mit dabei, was enorm heißt. Und es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Auch da muss ich sagen, ich mag Zeitschriften, also gefällt mir das auch. Und ich finde das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, wie realistisch ist die Utopie, ist eine sehr interessante Frage. Deswegen werde ich da auf jeden Fall auch reinschauen und die Artikel lesen. Nachhaltiges Magazin für einen starken Geist ist Wissen enorm. Richtig. Um dich mit eben diesem Wissen zu versorgen, haben wir dir das nachhaltige Wirtschaftsmagazin in deine Soul-Day-Box gepackt. Die Ausgabe in der Trendbox beleuchtet das Thema Grundeinkommen aus verschiedenen Perspektiven. Zudem findest du viele weitere spannende Beiträge zu Zukunftsideen, inspirierende Menschen und Tipps für ein nachhaltiges Leben. Dabei wird der Fokus auf Lösungen und nicht auf Probleme gelegt. Kostet 7 Euro. Binnütz! Kostet 7 Euro. Die Zudem kannst du dich mit Fokus machen. Ich bin gespannt! Das Design finde ich ganz schön. Die Kleinhünchen. Und der U. Diese Kleidung verändert nicht die Welt, aber die Menschen, die sie tragen, tun dies. Schau mal, auf der Rückseite ist der kleine Schweinchen. Du, deine Katze. Ich mach's trotzdem mal auf. Ich glaube, das sind Sticker. Nicht gleich, aber gleichwertig mit den Hündchen und der Kuh. No planet B. Not your mom, not your milk. Milk, milk, milk. Love all the same way. Friends, im Friends schriftzug. Verschiedene Sticker. Dazu steht Stylishes Sticker Set. Verleiht eine Tierliebe Ausdruck mit den Stylishen Stickern von Team Vegan. Die witterungsbeständigen Sticker können innen und außen angebracht werden und bestehen aus umweltfreundlichem Material ohne Weichmacher. Zudem kannst du die trendigen Designen Sticker mit aufklärenden Botschaften, unter anderem als Shirts, Hoodies oder Poster auf der Website von Team Vegan bestellen. Und die Sticker kosten 4,96 Euro. Als nächstes haben wir ein Angel Minerates Compact Eyeshadow in der Farbe Chocolate Matte. So sieht die Farbe aus. Auf jeden Fall stark pigmentiert. Ich habe fast versucht, eine Müsorik-Bemalung aufs Gesicht zu machen, aber ich mache es mal ganz vernünftig. Wow. Also das ist mal stark pigmentiert. Aber man kann ihn ganz gut verblenden. Und den könnte ich mir auch als, ähm, wie nennt man das? Nicht Highlighter, aber das Gegenteil von Highlighter. Bronzer. Contouring. Auf jeden Fall als so Braunmachpuder vorstellen. Jetzt habe ich für den Rest des Videos hier so einen Braunfleck. Oh, das ist ein Trend-Goodie für dich. Für dich als 12-Monats-Abonnent-Innen. Für schönen Tag Compact Eyeshadow. Treue wird belohnt. Alle zwei Monate finden JahresabonnentInnen zusätzliche Produkte in ihren Boxen. Du als 12-Monats-AbonnentIn bekommst mit dem Refill. Wow. Refill Eyeshadow von Angel Minerals. Ein veganer Lidschatten in deiner Soul-Day-Box. Bei der Herstellung der Lidschatten wird auf den Zusatz von Glycerin oder Mineralöl verzichtet. In einer von sieben Farben kommen die Lidschatten als Goodie in die Soul-Day-Box und bringen für dich Farbe in die graue Jahreszeit. Kostet 19,50 Euro. Das wäre dann, glaube ich, der teuerste Lidschatten, den ich alleine, also den teuersten Lidschatten, der nur eine Farbe hat und keine Palette ist. Als nächstes haben wir Spirulina. Als nächstes haben wir relativ laute Spirulina Flicks zum Knabbern. Dann lese ich erstmal, was es da mit der Ursache hatte, bevor ich das probiere. Nicht, dass ich da noch grüne Zähne habe oder so. Ist Spirulina nicht grün? Ich hoffe es. Vitalisierende Spirulina Flicks Mit den Spirulina Flicks von Pure Raw führst du deinem Körper wichtige Nährstoffe wie Kalium, Phosphoreisen und Vitamin K1 zu. So stärkst du dein Immunsystem, deine Knochen und trägst zur optimalen Funktion deines Nervensystems bei. Die Algen werden in Deutschland gezüchtet und zu den gesunden Flicks weiterverarbeitet, die schon die Azteken in ihre Ernährung eingebaut haben. Denn schon sie wussten, in einem gesunden Körper und ein gesunder Geist kostet 5 Euro. Und ich frage mich, ob man die so pur isst oder ob man die in ein Porridge oder so streut. Dafür würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Als nächstes haben wir ein Säckchen voller Plätzchen-Ausstecher, die ich bestimmt auch für die Mandelplätzchen benutzen kann. Ich glaube, das war die Form. Drei Stück haben wir. Das passt ganz gut zu meinem Halloween Haul, falls du den gesehen hast. Jetzt habe ich zumindest auch drei normale Plätzchen-Ausstecher, die keine Totenköpfe oder Gräber sind. Hier siehst du die Formen. Innovative Ausstechförmchen. Zu einem Backtag mit Mandelmehl und Schokolade gehört natürlich auch noch das passende Ausstechförmchen von Formina. Sonne und Stern sorgen für die richtigen Vibes beim Backen. Und damit du an deinem Soul-Day auf der Kaut mit einer Tasse Tee oder Kakao sitzt und trotzdem entspannt deine Kekse naschen kannst, gibt es als drittes Förmchen noch einen Tassen Keks dazu. Diesen kannst du nach dem Backen dann an deine Tasse klemmen und musst nicht erst zur Keksdose laufen. Die kosten 6,70 Euro. Und das hier ist der Tassen Keks mit der extra großen Tassenöffnung. Hier siehst du mein Ring Light Spiegel in den goldenen Applikationen. Folge dem Licht der Schokolade. Folge dem Licht der Schokolade. Folge dem Licht der Schokolade. Doku Fein Bitter 65% Kakao. Die muss ich probieren. Deshalb mache ich die jetzt mal auf. Riecht super schokoladig. Ich wollte auch mal ein Video mit Schokoladentepping machen. Schokoladentepping. Schokoladentepping. Kannst mir gerne auch da mal in die Kommentare schreiben. Ob du da Lust drauf hast. Ich glaube ich habe total Lust drauf. Schmeckt lecker. Auch nicht zu dunkel. Schokoladentepping. Und vor allem. Schön schmelzig. Das finde ich nämlich manchmal bei. Schokolade mit höherem Kakaoanteil. Schokolade mit höherem Kakaoanteil. Dass die nicht so zart schmelzig sind im Mund. Die ist zart schmelzig. Aber trotzdem muss die Schokolade irgendwie mal kauen. Kann die irgendwie nicht nur lutschen. Kann die irgendwie nicht nur lutschen. Schokolade. Feine Schokolade. Als richtiges Whole Food findest du die feine Bitterschokolade Togo oder Peru von Naturata in deiner Novemberbox. Kakaobohnen werden im Südwesten Togos oder dem Amazonasgebiet Perus angebaut. Traditionell fermentiert und anschließend sonnengetrocknet. Die besonders lange Verarbeitungsphase in traditioneller Schweizer Handwerkskunst lässt die Schokolade extra zart auf deiner Zunge zergehen. Ach schau mal da steht sogar. Und das stimmt wirklich, die ist wirklich zart schmelzend. Kostet 3,49 Euro. Kostet 3,50 Euro. Und wird nicht lange bei mir überleben. Kostet 3,50 Euro. Kostet 3,50 Euro. Kostet 3,50 Euro. Und wenn du Schokolade in deinen Zähnen hast, Kostet 3,50 Euro. Was ich hoffentlich nicht habe. Gibt es von The Ample Go Interdentalbürsten mit pflanzlichen Rohstoffen in der Größe 2. Und es könnte sein, dass die für mich zu groß sind. Ich habe relativ kleine Zwischenräume und muss immer das kleinste Bürstchen nehmen. Aber ich werde mal versuchen, ob ich die auch durchkriege. Es gibt ja auch immer Lücken, die ein bisschen größer sind. Und ich kann die auch dafür verwenden. Ich benutze Interdental Sticks auf jeden Fall. Insofern kann ich das gut gebrauchen. Wenn sie passen. Nachhaltige Interdentalbürsten. Sieht aus wie Plastik, ist aber tatsächlich Maisstärke. Die Interdentalbürsten von The Ample Go sind durch ihre Herstellungsformel umweltfreundlich und überzeugen zudem mit einem innovativen Design. Denn die kleinen Bürsten erlauben dir die effektive Beseitigung von Speiseresten oder Schokolade. So bleiben deine Zähne gesund und gepflegt. Und das Beste mit jedem Verkauf spendet das schwedische Unternehmen an Organisation für Zahngesundheit in der ganzen Welt. Kostet 3,99 Euro. Das nächste und vorletzte Produkt ist ebenfalls Beauty Related. Und ist eine Maske. Eine Hydro-Maske von Lovus Heilerde. Spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algen, Meerwasser, Extrakt und Naturreine Heilerde. Und Heilerde vertrage ich ganz gut. Vor allem an der T-Zone. An den Wangen muss ich manchmal ein bisschen aufpassen. Weil ich das Gefühl habe, dass Heilerde ein bisschen ausdrucken ist. Aber für die T-Zone mag ich das gerne. Und die ist ja auch feuchtigkeitsspendend. Also wird die auf jeden Fall benutzt. Und es sind zwei Portionen sozusagen. Deine schöne Gesicht. Verwöhnende Hydro-Maske. Damit deine Haut strahlt wie deine Seele, findest du mit der Hydro-Maske von Lovus den Feuchtigkeitskick für deine Haut in der Novemberbox. Mit der Kraft von Naturreiner Heilerde, Algen und Bambusextrakten sowie wertvollen Aprikosenkernöl verleiht dir die Maske ein frisches und strahlendes Hautbild. Perfekt für ein Spa-Date zuhause, an dem du Körper und Seele verfüllst. 1,59 Euro. Und da sind wir auch schon beim letzten Produkt. Und das ist ein Nail Polish. Ein Nail Polish. Und ich meine, das passt perfekt für mich. Vegan Nail Polish von Kai Charlotta. Ah ne, Kia Charlotta. Kia Charlotta. In der Farbe Morning Sun. Zu mir würde eher Evening Sun passen. Aber ich bin auf die Farbe gespannt. Deswegen schauen wir da mal rein. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was das für eine Farbe ist. So sieht der Nacklack aus. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was das für eine Farbe ist. Ich würde sagen, dass das so eine rosa Perlmut ist. Leicht rosa, leicht glänzig, leicht perlmutig. Ich muss schauen, ob ich den gerne habe auf den Nägeln. Auf den Füßen könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Oder man mixt. Also dass man sagt zum Beispiel, ich mache einen schwarzen drauf. Und dann den als Überlack für den Glanzeffekt. Für den werde ich auf jeden Fall Verwendung finden. Trendiger Nagellack. Mit dem veganen Nagellack von Kia Charlotta. Bringst du deine Nägel auf Hochglanz. Mit der Rezeptur aus 100% pflanzlichen Lösungsmitteln. Und dem Verzicht auf Mikroplastik. Verschönerst du deinen Nägel ohne die Umwelt zu belasten. Nach zwei Dünnschichten ist der Nagellack volldeckend. Und hält bis zu sieben Tage. Da bin ich gespannt. Weil ganz ehrlich, kein Nagellack hält so lange wie er verspricht. Verleihe deinen Nägeln das gewisse Etwas mit einer von vielen Trendingfarben. Die du in deiner Trendbox entdecken kannst. Kostet 12,90€. Und hier siehst du ein bisschen die Farben. Vier Stück. Und ich glaube meine ist die hier. Morning Sun. Morning Sun. Das waren alle Produkte aus der Novemberbox. von Trendradar. Schön, dass du bei mir warst und wir die Produkte zusammen entdecken durften. Ich hoffe du konntest entspannen oder bist vielleicht sogar schon eingeschlafen. Ich wünsche dir für jetzt oder für später eine ganz wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. 빠르 Kilmer und nicht. Kl가지 Venture. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht Kut partir hinzu. Vielen Dank.